Hallo und herzlich willkommen auf meinem Bildschirm. Ich möchte ihn frei formen. Jetzt sind sowohl die antagonistischen als auch die Haupt-Kiefer-Scans formbar. Ich nehme mir wieder einen extra Kiefer-Scan, aus der Datei laden, noch mal eine Ebene nach oben. Ich korrigiere die noch ein wenig. Naturgemäß. Und wir dürfen nicht in diese Bereiche kommen, wo die Kante nach Oklosal stattfindet. Dann bekommen wir Schwierigkeiten damit, dass das Zeleskop zurückfedern wird. Hier diese Bereiche. Das sind die schwierigen Stellen.